Wenn Nazis einen YouTube-Kanal hätten. Soll ich so eine verarschen? Kanalbanner wäre braun. Nur braun. Nur braun. Nur braun. Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Drifterz. Was? Ich bin auch enttäuscht. Ich habe was anderes erwartet. Ja, ich auch. Ich dachte, jetzt kommt so ein Reichsnachrichten-Fernsehtyp. Herzlich willkommen zu Minecraft Drifterz zusammen mit Nefias, Hallo und dem Genosse Gundran. In Farbe und bunt. In Farbe und braun. Wenn Nazis einen YouTube-Kanal hätten. Kanalbanner wäre braun. Nur braun. Nur braun. Nur braun. Richtig stumm. Da wäre nur braun. Einfach nur so ein brauner Banner. Oh nein, die macht das vorbei. The night is over. Und hat der Nefias schon seine Probleme gelöst? Ja, eigentlich. Ach nee. Erzähl doch erstmal, Nefias, ob du deine Probleme gelöst hast. Nee, ich habe es noch nicht gelöst. Weil es ja auch so fasziniert, dass der Podcast, den wir immer hören, jetzt Sendeplatz gewechselt hat. Ja. Ich bin empört. Och ja. Und schockiert. Und empört. Und empört. Ich glaube, den haben halt wirklich relativ viele eigentlich dann montags auf dem Weg, wohin auch immer, Arbeitsschule. Ich habe das immer gemacht. Ich auch. Deswegen habe ich jetzt den Alten gehört. Und ich denke so, hä, was ist das denn? Na gut, ich meine, der kommt jetzt Freitag. Also kann man den sicher auch von Freitag auf Monat auf... Das ist total unaktuell. Echt mal. Gut, also die haben das ja schon... Vernünftig argumentiert. Ich meine... Die haben halt keinen Bock mehr für das. Sonntags oder was war das? Ja, richtig. Nächste Anforderung für die Ender-Poach, während ihr quatscht. Äh... Obsidian und ein Feuerzeug, bitte. Während ihr quatscht. Ja, macht mal. Macht mal nicht so viel Quatsch. Macht mal lieber, was ich euch sage. Redet hier nicht. Währenddessen verknusper ich ein Stück weiße Schokolade mit Erdbeerkrank. Alter, guck mal hier. Ich laufe da alleine nach Hause. Hm? Hast du denn noch Obsidian? Ja, müsste ich haben. Was denn das sind hier alles für Rüstungen, ey? Not kann ich jetzt mal, glaube ich, hier abbauen. Ey, wo ist es denn? Sand? Da ist es. Irgendwo in den Gestein. In die Ender-Pouch. Ne, ich kann diesen End-Obsidian nicht abbauen, weil das Hardcore Ender-Expansion-Obsidian ist. Das ist ja toll. Ist drin. Geil. Und dann lebst du denn? Ist mein Schwert kaputt? Ich hab... Warum hab ich Weakness drauf? Gerade so ein bisschen Lust... Warum hab ich Weakness drauf? Lust auf... Was nicht weg geht? Wie bitte? Warum ich Weakness drauf hab, was nicht weg geht? Irgendwann zwei Minuten noch. Musst du baden gehen. Im Ernst? Vielleicht hast du es davon, ja. So viel Schaden mach ich in dem komischen Ding hier. Wird ein Vorherjahr geht. Geht das denn hier? Wie frag ich. Achso, Feuerzeug, Goro. Achso, ja. Sorry, warte. Ähm... Ich hatte grad kein... Jetzt weiß ich nicht, wie ich das Schoko-Boer rauskriegen soll hier. Warte, warte, warte. Äh... Tools. Oh, ich hab kein... Wo ist denn... Ich hab kein Flint. Ach nein, ich hab ja keine... Einfach zwei Gravel nehmen. Ach ja. Was hast du nicht mehr cool dran? Keine Energie mehr auf dem Recall-Ding. Oder auf dem Zauberstab. Musst du in die Ladestation legen. Ja. Oder such den Nodes. Ich bin nur leider 5000 Meter von zu Hause entfernt. Dann musst du den Nodes suchen. Musst du fliegen. Und den aufladen. Wo finde ich Nodes? Die fliegen über... Das sind diese leuchtenden Punkte. Okay. Aber da sagst du was, dann kann ich mal einen Zauberstab mal wieder aufräumen. Hm. Ist ja kacke, man kann die Schoko-Boers gar nicht aus dem End mitnehmen. Safari-Belle? Ich bin wär's, wenn's die gäbe. So, ich muss jetzt gleich mal alle meine Tiere hier ins Trockene bringen. Ich muss die echt über alle meine Felder bringen, um mich hier ins Trockene zu machen. Das ist ja auch ein Schicksal. Das ist ja auch ein Schicksal. Juhu. Wie lad ich den da jetzt auf? Rechtsklicken einfach. Ja. Mit dem Zauberstoff? Ja. Ah ja. Aber du musst gucken halt, die lädt nicht alles auf. Also du musst gucken, welche Energie das ist. Ja, die hat jetzt Terra aufgenommen. Warum? Hier ist eigentlich Terra und Aqua drin. Warum lad ich davon nur eins auf? Weil der nach und nach erst auflädt. Der zieht erst Terra raus und dann Aqua. Haben wir eigentlich im Nether Closed Zone gefarmt? Äh, ich hab ein bisschen, glaub ich. Ich hatte keinen, aber ist ja egal. Ich geh ja in den Nether, wir können ja fliegen. Jaha. Dann kommt das letzte Terra hier nicht raus. Dann ist voll Terra. Du siehst oben links, auch wenn du den Zauberstab hast, das grüne, wie voll das ist. Wenn das voll ist, dann zieht er nichts mehr raus. Warte, ich müsste mal anzeigen lassen, wie viel das ist. Einfach den Zauberstab. Ach, Shift. Und dann Shift drücken, genau. Ja toll. Das heißt, jetzt kann ich... Oh, Aqua ist eh voll, okay. Gut. Aber Nauts fliegen so viele rum in der Nähe. Also da wüsste schon... Allein im Nether hab ich schon einen gefunden. Ist der wieder da? Oh, der ist wieder da. Ging das nicht mit dem Ender Portal? Ne, im End kannst du kein Portal machen. Kannst du dir vielleicht Federn mitnehmen und darüber irgendwie den Schokobut züchten? Federn? Nether, Netherfedern. Äh, Enderfedern. Äh, Enderfedern war ich natürlich. Gibt's Wassergarten? Sehr interessant aus. Gibt's im Nether eigentlich was, was mich heranziehen kann irgendwie? Ja. So ein komischer Löwe. Ja. Der Löwe, ja. Und trotzdem stehe ich da, wo ich stehen soll. Ja, das ist irgendwie verpackt, glaube ich. Komischer Löwe. Boah. Jetzt mal wieder raus. Immer wieder Nacht kommen. Hierfür haben wir. 1249. Boah, zu viel HP, du Kackvieh. Du bist selber ein Kackvieh. Gegen den Boss von Expendler. Ach, shit. Meine Axt ist vielleicht kaputt. Ach, das waren nur vier. Ist in einem Türmen was drin? Oder was anderes? Ding. Au, Angry, äh, Angry Enderman. Das ist natürlich geil. Angry. Angry. Nifi, Nifi sagt erst. Angry. Angry. Die Endermen sind so blöd hier. Warum beleidigst du sie denn jetzt? Die springen vom Turm, kommen wieder hoch und dann sind sie nur noch One-Hits. Das ist voll die Enderperlen-Farm hier gerade. Wir haben doch eh schon so viele Enderperlen. Ja, wir haben schon so viele. Aber eine Level-Farm ist das ganz gut gerade. Wir haben doch auch schon so viele. Wenn ich dafür davon auch so viele habe. Nifi, irgendwie kann ich da nicht das Positive raussehen. Auch nicht. Die ganzen Standard-Minecraft-Kram brauchen wir nicht mehr. Awww. Awww. Leveln tut man mit Enderman auch nicht. Auch langweilig. Wow! Awww. Sind da viele drin, Alter. Awww. Hörte sie halt. Awww. Ich habe so eine Wand weggehauen und auf einmal platzen, wenn da so 50 Enderman ins Gesicht. Awww. 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 Wir wollen ja Welten erkunden und ich glaube, können wir in so einer Welt weitere Portale aufstellen? Klar kann man eine andere Welt übernehmen als zu Hause, aber man würde sowieso immer als Basis zurück in diese Welt kommen. Ja. Also, das ist finde ich nicht so cool. Es wurde halt nur gesagt. Ist ja auch eine nette Idee und so, aber ist nicht so cool. Na gut, dann badet sie. Ja, ich war baden. Nicht nur cool. Wo ist denn der Mond? Ja, der ist leer komplett bei mir auch. Jetzt ist halt die Frage, wenn der bei Goro halb voll ist, was haben wir denn jetzt? Ja, aber sollte das nicht beim Tech-Track-Pack gleich sein? Gibt es keine Items, mit denen du das sehen kannst? Nee. Also nicht, soweit ich weiß. Es gibt ja eine Uhr. Also gibt es bestimmt auch irgendwas mit Moon. Moonlight Orb. Moonlight Starf. A Canestone Block. Glowing Moon. Ja, ich sehe es auch gerade. Ach, das ist eine Schüssel. Moondust. Moonlight. Ach, der Moondestroyer. Das ist irgendwie. Ja, das, weil er pink ist, den siehst du wieder. Alter, warum sammle ich jetzt? Nefi, nein! Nein! Aus! Nefi, nein! Willst du noch mehr? Nein, geh weg! Ich hab genug! Nein, sie sind zu tausend. Ja, ja. Du hast ja einfach Enderperlen zu. Die Enderperlen, da kann ich euch mit Tod schmeißen. Nein, das wollte ich da gar nicht. Irgendwas habe ich dir jetzt reingetan, was du nicht rein sollte. Hä? Ich hab sogar, guck mal hier, ich hab sogar besondere Enderperlen. Geben kein Fall Damage. Brauchen wir vor allem, ja. Ich hab grad Fall Damage gekriegt durch die Enderperlen. Echt? Ja, die kriegst du noch. Durch die Enderperlen kriegst du das noch, ja. So, ich könnte meinen Zauberstamm aufladen. Könnte ich auch mal tun, habe ich gerade gesehen. Habe ich nämlich auch gemacht. Sind aber schon. Die Notes sind leer, toll. Die Notes sind leer, das macht Nefi, alles nächste Folge, vielen Dank für's zu sehen, das ist ein Daumen da, bis ein. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.